Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist ja schon erstaunlich, wie kurz die Erinnerung der Unionsfraktion reicht. Wer hat denn den Rückstand in der Digitalisierung, und zwar durch alle Ressorts, zu verantworten? Das waren doch gerade Sie. Und ich erspare Ihnen jetzt mal, alle Digitalziele aufzuführen, die Sie in 16 Jahren Regierungszeit verbockt und verfehlt haben. Das würden nämlich die vier Minuten komplett sprengen. Mit der Digitalstrategie haben wir jetzt jedenfalls herausgestellt, an welchen Punkten wir dringend aufholen müssen. Und dafür ist es allerhöchste Zeit. Deshalb ist es schon ein bisschen putzig, uns Ambitionslosigkeit vorzuwerfen. Es wäre ja falsch, wenn wir wieder Wolkenkuckucksheim versprechen würden und das am Ende nicht rauskommt. Wir müssen jetzt liefern, und wir müssen vor allen Dingen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnen. Die Digitalstrategie konkretisiert viele Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag und bringt sie auch auf den Weg. Zum Beispiel klimaneutrale Rechenzentren. Da ändert jetzt gerade das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz das Energieeffizienzgesetz. Oder beim digitalen Verbraucherschutz, den das Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz mit dem Recht auf Reparatur und dem digitalen Produktpass voranbringt. Oder das Recht auf Verschlüsselung und damit eine klare Absage an die sogenannte Chatkontrolle. Und ich hoffe deshalb sehr, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene mit der Ablehnung der anlasslosen Überwachung von Messenger-Diensten durchsetzen kann. In der Strategie ist auch der Leitgedanke Public Money, Public Code konsequent verankert. Open Source ist nicht nur eine Alternative zu großen außereuropäischen Tech-Unternehmen, sondern eine Investition in die nationale Sicherheit, in gesamtgesellschaftliche Resilienz und in lokale Softwareentwicklung. Dieser Ansatz muss nun in den Beschaffungsprozessen und vor allem in der Verwaltungsdigitalisierung dauerhaft durchgesetzt werden. Beim Online-Zugangsgesetz müssen wir auf volle Kraft vorausschalten. Dazu gehört, endlich die digitale Identität zu etablieren. Auch hier müssen wir fast bei Null anfangen, nachdem der frühere Innenminister erst mal falsch abgebogen und dann in der Sackgasse gelandet ist. Dabei haben wir mit dem neuen Personalausweis bereits seit 2010, also seit zwölf Jahren, ein sicheres und funktionsfähiges System. Nur kennt das niemand, und es wurde eben auch nicht weiterentwickelt oder bekannt gemacht, weil man sich eben auf eine andere Lösung versteift hatte. Dafür müssten Sie hier eigentlich zu Kreuze kriechen. Ja, es ist kein Geheimnis, dass wir uns als Grüne Bundestagsfraktion ein stärkeres Bekenntnis gewünscht hätten, wie wir die immensen Herausforderungen Digitalisierung und Klimaschutz ganzheitlich angehen wollen. Oder im Hinblick auf die Zivilgesellschaft, die wir als Partner auf Augenhöhe stärker in die Politikgestaltung mit einbinden wollen. Aber das ist jetzt auch in der Digitalstrategie angelegt, und das ist auch richtig so. Kommen wir zum Haushalt. Das Digitalbudget wird kommen. Der Souverän-Tech-Fund ist bereits im letzten Haushalt anfinanziert worden. Fürs nächste Jahr sind 10 Millionen Euro eingestellt. Anders als behauptet ist die Strategie mit weiteren Mitteln unterlegt. So werden wir Milliarden in den Ausbau der digitalen Infrastruktur auf dem Land investieren und in Halbleiter, die nachhaltig produziert werden müssen. Weitere Posten werden wir im parlamentarischen Verfahren beraten, wie das Dateninstitut oder ebenfalls schon im letzten Haushalt das verankerte Zentrum für digitale Souveränität. Mit anderen Worten, es tut sich was, auch finanziell. Wichtig ist die Unterstützung von Wirtschaft, Wissenschaft und vor allem von der Zivilgesellschaft. Wir können unsere Ziele nur zusammen erreichen. Und so gewinnen wir auch wieder das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Und sobald wir dann eine solide Grundlage haben, können wir dann zukünftig auch deutlich ambitionierter sein. Vielen Dank.